Sie haben aufgemacht, Server? Ich drohne Server. Ganz ruhig schicken, bleib hinter der Bombe, du hast da einen schönen Pixel. Bleib da schön hinter, das ist dein Vorteil. Genau so, bleib da, bleib da, das ist ein perfekter Spot. Achtet doch jemand auf die Stairs, dass niemand Mainstairs runterläuft. Da müsste noch einer sein, das ist die Wand alleine. Haben sie die aufgemacht? Ja, sie machen Castle Mainstairs auf. Ist da jemand zu viel gegen hier? Ja, Alter. Da ist immer noch einer im Server, ne? Jaja, ganz ruhig, du hast den doch. Nee, hab ich nicht. Montagne, warte, ich hol die Drohne. Ich hol eine Drohne. Monti hier. Ja, ich komme, ich komme. Finca! Diffuser down, Diffuser down. Wo ist Montagne? Da. Achtung und jetzt! Auf die Füße! Auf die Füße! Auf die Füße! Laut nach und sag Bescheid! Selber, selber ist noch einer. Tidal ist selber. Äh, schießt du den auch ab? Okay. In Server, Blackbeard, er kommt, er kommt! In B, in B. Amaru in B. Weck getötet! Amaru in B? Amaru in B? Ja, Amaru war in B. Sehr schön! So kann das Werner etwas laufen. Ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich in diesem Spiel was rauskomme. Warum bin ich letzte verdammte Scheiße? Fuhuuuh! Ja, Martin! Musst du heißen? Nino! Den Bierschiss. Lass, wo wir von... Hab die Sophia. Bertine hat Geschmack gefunden! Sie hat blutgeleckt! Waren das hier jetzt alle? Also es waren jetzt Capitao und Sophia, die sind beide dead. Wo war der Diffuser gedroppt? Meinst du Main oder Red? Diffuser, Diffuser down Nein, die sind nicht alle Red. Es gibt Red Stairs, Main Stairs und Astro Stairs hier Nee, die anderen sind Red, die haben beide Teppich Das eine ist aber Main Stairs, nämlich beim Main Entrance Das sind mir doch alle Bums Ja, aber uns nicht Diffuser on ping Äh... Äh, komm Ja? Komische Red Room bei Astro Soll ich ihn peeken? Ne, mach auch safe, bitte Au, er ist drüben Nice Sehr schön Hast du sein Schild zerschossen? Ja Sehr schön Er hatte keine Zeit, das nachzumachen Bitch Aber ich hab nur sein Schild zerschossen Ich hab niemanden Äh, Elevator, Kavera, Kavera, Kavera Sie ist on ping Sie steckt fest, sie steckt fest Jadkin, Jadkin aim, Jadkin aim Okay, sie ist low Sie on ping, on ping, on ping Sie rafft gar nichts, sie rafft gar nichts Au, meine Cam ist runtergefahren Ich kann trotzdem nicht mit einer Pistole als Montagne die Kavera einfach pushen Kannst du sie vielleicht nur, äh, hochscheuten? Sie ist hoch, sie ist hoch Sie kommt wieder, sie wirft impacts auf mich Ich kann hier halt nicht brechen Warum? Kavera ist hoch Ich hab von mir ein Kavera ist hoch Leute, wo seid ihr? Kavera ist down Dock is on me, Dock is on me Warte, warte, warte Smellst du weg? Hab sie Pass auf, die Clash ist da Ich bin hinter der Ich, Clash, ja, ich muss, ich muss rausziehen Ich muss rausziehen Okay, okay, okay Ist draußen Ich pushe mit dir Hab einen, äh, injured Ganz hinten durch Ja, äh, Maestro ist, äh, B-Bomb, B-Bomb Sorry, das war ich B-Bomb, Maestro Maestro ist rausrotiert Banana Banana Office, vor mir Vor mir Schön Sehr schön So muss das sein Nadine so weitermacht, Alter Ist die am Ende Platin und wir alle gucken doof Nadine, was ist eigentlich mit dir los? Keine Ahnung Nadine geht richtig ab Rasur im Kur Würde ich sagen Und sie wollte nie Ranked spielen, ist einfach ein Ranked-Biest einfach Okay, die haben ne Finka Unkur Wieso ist Finka Unkur, du Finka-Mäh? Digga, Alter, ich kommte immer gerne Wer ist das bei mir? Welche drei Armer? Ach doch Ich bleib im Basement Hast du mich grad fett genannt? Basement Finka, Fenty Stairs Boah, ey, tut mir leid, ich weiß nicht wo das ist Ich kenn mich im Basement neu aus Ich bin gecheckt Ich bin gecheckt Ich glaube die Finka ist mittlerweile schon rum Ich pushe Finka Die ist hinten aus den anderen Stairs Finka tot, Diffuser Diffuser Boah, das ist noch nicht in der Inside Ist tot Wunderbar Der ist noch ein Fuse, Alter Wo? Ja, in diesem Vorraum, Alter Ich bleib bei Diffuser, Leute Ist da noch die Cam? Er drohnt Er hat mich ausgedrohnt, ich rotiere Ich übergebe Diffuser Ist da noch ein Pink, Dinok? Kann ich denn nicht sagen, du? Ich flanke Wo war er? Wo war er? Äh, on side On side? Ja Dürfte side B sein, ja Da ist jetzt da grad rein und hat auch Granatos geworfen Ja, on side B ist einer Hab sie Ich bring Kuchen mit Ihh Das war Nock, Nock ist tot, B ist clear Andere Seite, Fuse Sitzt da fest Er hat Diffuser An, nein, da wo Wo du hingeguckt hast Also Flashman Man spielt ein britischer Operator Ich krieg da hin Nein Diese Waffe ist so schlimm Kopfhör Ja, ich dachte der kriegt Nein Ali B90 Bist du mich verarschen, sag, dass du nade wirfst Ali B immer noch 90 Ali B geht zurück Ali B Red Oh, Dicke, Alter Bandit Red, Ali B Red Ali B links in Double Door Bandit, äh, Red Bandit Top Red Bandit Top Red Dicke, ich hab keinen A's Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit mir? Spike unten, ich bin durch Hälst gefallen Legion Sehr schön Der Bandit ist slow, der war Half-Life Spike war unten Also pass auf, Nadine Der C4 kam nicht von unten, was war das? 30 30 Sekunden, Nadine, wo bist du? Hier Einer ist auf den Mainstest now Einer ist auf den Mainstest Ich verstehe zwar nicht, wie er mich Instinct geinjen- Nadine Was habt ihr? Oh mein Gott! Ich hab den Mario, ich hab du de Mario gemacht, ja? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Fuse. Da, jetzt. Jetzt Fuse. Los, 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 los. Eine Minute. The Fuse already. Ich glaube, du hast ja Clash ein bisschen Schaden gemacht. 50 Sekunden. Einer war am Piano, leider. Clash ist dort unten. Theoretisch droppen, holen. Kann Nati noch einmal füllen? Nein. Red. Der Mute war oben, ne? Auf den Stairs. Du kannst die Clash vom Drop, glaube ich, holen. Clash, die vor mir. Die geht zum Drop. Die steht vor mir am Fenster. Blende tot. Clash immer am Fenster. Clash tot. Okay, ganz ruhig, Leute. Spiel das Team. Blend hier, blend hier. Blend hier, komm her. Er ist oben. Über euch. Hedge, hedge, hedge. Hedge. Hedge, digger. Oh mein Gott. Oh mein Killer-Siss. Angle-Grip. Junge. Mit Angle-Grip hättest du den Kampf gewonnen. Ja, ich bin zu Trämer aufs Neifen gekommen, Digga. Ja, Nadine hat sich reingeschwungen und ich wusste, dass die Alibi da noch ist, ne? Verurteile sich schon. Und Alibi läuft sich genau vors Fenster und versucht Nadine während des Schwungs rein wegzuneifen. Und meine Füße so. Und meine Füße so. Gold. Nein, nein, probieren ist hier nicht. Ja. Nimm deinen Sledge. Mit Sledge machst du die Kids. Was hatten sie als erstes Flieger, ne? Die werden Trophy sein. Ja. Okay, Daddy-Buddy, here we go. Jo. Machen wir die uralte Strat. Wir werden beide so gespawm-peaked. Die Kids sind doch echt nett aufgeteilt. Ja. Für jeden Kämpfer. Naja, du bezahlst den Preis halt, ne? Aber ich bin ein bisschen teurer. Ja, der ist noch nicht wahr. Also, Montagne hat sich... Montagne stand mit dem Rücken zu mir. Zu genial. Oh, moa. Mute, Adam. Aufpassen. Mute aus den Stairs. Ich hab 90-Cam. Okay, dann machen wir Master auf, ne? Ja, ja. Standardmäßig. Genau, nimm deine Drohne mit zu dir. Ja, ja, wollte ich. Ah, warte, ich spawn woanders. Und wo spawn ich denn? Du spawnst richtig bei deiner Drohne. Mööö. Pass auf Swampix auf. Jetzt kommt's unerwartet, deswegen. Mööö. Wo sind die denn jetzt? Oben? Ja, ja. Ja, ich war auf jeden. Okay. 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 Nadine, warte. Geht er weg, geht er weg, geht er weg. Gehen weg. Sehr schön, sehr schön. Carry down. Äh, ich drohne mal rein. Äh, close it clear. Master clear. Halt jemand Badroom. Nadine, halt Bad, damit uns keiner rein rotiert. Alles klar. Alles clear. Alles clear. Nadine, halt Bad. Soll ich beide Seiten öffnen? Oh, wie du magst. Oh, jetzt hast du ja viel so nicht weggenommen, ne? Bandit down. Bad hast du, Bad hast du? Schön Bad halt. Äh, weil Kürer, weil Kürer war ein Astro. Wo ist er? Nein. Hält ihr einen langen Winkel? Ja. Hat Hits. Habt ihr mal Kürer? Ja, schön. Ich hab von hinten gekriegt. Wo war er? Äh, mute. Wo ist er? Rede, rede, deutsch, Trophy, statutory, Statue. Ja, der ist ja gefangen. Der ist da gefangen. Nadine, du gehst jetzt geradeaus, geradeaus. Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Und ich würde ganz ehrlich sagen, dass dieser Rook sein Team gefickt hat mit dem Early Kill. Vielen Dank.